was geht leute und herzlich kommt zu einem neuen video hier auf meinem kanal ja in letzter zeit habe ich versucht öfters die scampi challenge zu schaffen habe ich richtig oft versucht aber halt immer wieder verkackt mal knapp mal richtig auf die fresse bekommen und ja heute im video das geld also was das geht was ihr jetzt seid ihr werdet wissen richtig richtig knapp ist das kapitel vorhanden so kurz vor den 70 gilt also ja erst auf die leute die nicht wissen was die scampi challenge ist also ich nehme dir selber masker bischof und scampi kommt er hat so eine challenge gemacht dass man im team deathmatch 70 kills schaffen muss das heißt dass die gegner einfach dass seine teammates nur 30 kids haben dürfen und du siebzig halt und damit halt hoffen dass er lachen als team jetzt kriegen natürlich als gegner ist ja klar und ja ich würde euch empfehlen geist webs und den kreinheit mitzunehmen und als spezialisten würde ich kampf focus nehmen und ja in öfter also das werde auch in öfteren versuchen live das zu machen weil das war jetzt einfach so spontan runde chilliges team deathmatch und hat es vergessen die streaks und so umzählen und das ist einfach irgendwie so plötzlich passiert und öfters halt irgendwie so eine serie starten wo ich gleich versuchen werde ich gar nicht zu schaffen ist auf jeden fall nicht unmöglich aber wird man schon schaffen können aber es wird halt richtig schwer sein und ja genau heute sind die dlcs draußen ich werde mir wahrscheinlich muss gucken je nachdem ob ich heute zeit habe werde ich heute die dlc holen wenn ich nicht heute kann dann morgen dann werde ich mir noch überlegen ob ich direkt als erstes den zombie modus machen soll also ein video oder ein bisschen die maps umgucke im public aber ich glaube ich mache erst mehr den public bereich was es mit den maps und hier war mir alles klar der schluck wie ne nutte ja das soll es dann auch von mir gewesen sein ich hoffe euch hat das video gefallen ich freue mich richtig auf die dlcs und ja das sollte noch von mir sein leute bewerten kommentieren nicht vergessen und abonnieren nicht vergessen leute haut rein ja 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.